was schatz doch mal ab und zu werbung können die partner kann ich nicht nächste woche partner subscriber mode only in chat Prozent und so ist ja in der Kassel einfach geiler ist so gut ist das nur eine Mieter die Exxon ist zum Zocken nicht nur nicht nur zum Zocken die Kassel der Fernsehgucken wenn du kein die Scheiße mit aber mit einem Fernseher kann ich auch wenn sie gut das ist ein bisschen Prozent die aber zuerst nebenbei oder hier Partie machen ja also der Leer von der Reihe Fernsehschirm ich weiß schon ja komm jetzt kommst du jetzt mal als schlatsch schon mal ein Jahr alles Klaas Mocki sich auch nicht gelesen die ich auch dann einfach ein ob die ich habste schon nirgends Mock also Kürsten Landwächter ein wo haben wir schon elf Uhr was er ist mein wir haben schon ich will noch Prestige zeigen ich meine sie schafft das halt noch 10 11 Level schon fair hier Aquarium 1er Stock das Haar hält Kravettetank Aquarium 2er Stock St ich kann es ist jetzt dabei ich bin 15 und er hat das ich bin damals schlafen übermorgen wieder Schule und 5 raus, alles klar YOLO Was, morgen ist Schule? Übermorgen Also, es ist jetzt übermorgen Richtig, das ist schon lange Schule Schlafschäden schreiben sich bis zum nächsten Mal Ey, mein Kumpel heißt einfach bei Xbox der Pola HD Woah, Elite 2000 gegen die Die haben die verkauft, ey, krass Du kannst alles verkaufen, nein, nein, scheiße Menschen alle, die sollst du mir nicht gesorgt, dass sie nicht wegspringen sollen Die Anfangssachen kannst du, glaub ich, nicht verkaufen Ne, die Anfangssachen nicht Kadett schon, oder? Das kommt drauf an, ich mein Kadett schon Ja, du kannst die du kaufen Für 500 Also, die normalen Versionen von Waffen kannst du nicht Nein, nur die Kadett Und die AK2 Gold kann ich auch nicht verkaufen Nein, die ist ja von Dings A-Zero Bringt dich so 200.000 XP Ja, boah, das wird geil, ey Den bräuchte ich gar nicht mehr zu zocken Einfach nur Waffen verkaufen Du meinst das Gesicht, wahr? Was? Das denn? Ja, aber sie sagt, das Gesicht hätte jetzt gerne gesehen Ich hab' den Armbrust Ich hab' den Armbrust Es gibt's ne' Armbrust in COD Ehh Was? Doch Armbrust Was hat mich dieser Dieser blöde Penner hat mich weggeschoben Ich hab' den Wenn ich ihn im Visier gehabt wollte schießen Hat er mich weggeschoben Dann hat der andere mich erschossen So ein Penner, ey Also der eigene Bro hier Was ist denn die Armbrust? In solchen Bros hast du keine Feinde Weißt nicht? Post for home, son Ich hab' in meiner Waffenkammer eine Armbrust B2 Also Ähh Du hast den Brust in deiner Kammer? Du Schwein Hubs 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 Ja kommst du jetzt mal? Gags Die Runde ist doch nicht vorbei Ähh Ich hab' dich doch eingeladen Hey Tony Ach nooo Wie geil Ich hab' für meine HBR A3 ein Design Und ein Schaden Jo klappt eigentlich sehr gut mit dieser Klappt sehr gut Sag' ich mal am PC Super macht Spaß Konsolen muss ich noch üben den Controller Da bin ich komm' ich noch gar nicht zurecht Aber macht auch Spaß Ja Geht Ein bisschen doch Ja Macht schon Spaß Ja geht ne Ja man geht's Schnucki heißt einer Schnucki Gags kannst du ja mal meine Waffe ausprobieren Wenn du willst Na die Kombination brauchst du nicht im PC auf Ich möchte das auch im Konsolen so hinkommen Ich hab mich ja gewöhnt weißt das Wow 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 zu spät gesehen zu spät gesehen Hatt' ich erst Tarnung und dann zu dem oder andersrum Vielleicht auch nach dem Achso muss ich gleich Ist zu lang der Text Dann lese ich gleich In zwei Minuten Das find' ich schade man Man kann Falla die nicht auf Verteidigung spielen Boah wieso ist der nicht gestorben ist Ich hab' den doch Okay Ich hab' das nicht gecheckt Bei mir steht Null Freunde online Nein nein Oh da ist der liebe Levelende Was für ein Blödsinn Nein wieso sind die alle auf 5 Minuten auf Wenn Geht doch gar nicht Wir Nukes müssen noch auf Verteidigung spielen ne Gags Was bist du denn? Aber ich hab' neuen Follower Die äh Punkt Serien The fuck Was ist denn das wieder? Kann man das ändern oder was? Äh Wenn du Y drückst Da kannst du Sachen rein tun Wieso Fügt Triebwerke hinzu Damit sie sie vor der Landung finden Erhöht die Chance besser Objekte zu erhalten Das ist geil aber das hat dann irgendwie Für die Vorräte explodieren wenn das Gegnertyp versucht sie zu holen Oh das ist doch hier Ja Boah 500 Serienkosten Lohnt sich das überhaupt auf Verteidigung zu spielen? Beteiligung allgemein Wow 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 Oben 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 Ich mein Jo Kriege ich nicht hin mit Dusseln Ich vergesse ich immer Ich konzentriere mich ganz darauf dass ich die Gegner überhaupt sehe Übe ich auch noch Jetzt geht es einigermaßen so vom Schießen her Ja dann muss ich die Gegner zuerst sehen und dann kann ich auch noch ausweichen Versuche ich Versuche ich Eins nach oben Tuch mal eben wo das war Einfach noch paar mal sagen damit ich mich da anrenne Geh Äh extra 3 Fest verdrahtet Immun gegen System Hacks EMP, Nanoschwärme, Betäubungskranaten und Störer Ach schade ich hätte Wieso habe ich denn nicht Beide Aber es ist die Waffenkombination die ich selbst halt mir zusammen ins Gebassklappen probiert habe Vielleicht deswegen ist es auch so dass ich einfach Ich habe auch viele von euch gehört Ich habe alle Tipps angenommen Aber es ist das einzige wo ich gesagt habe ich mir selber zusammen gebasselt Weil ich einfach die Waffe probiert habe und auch meinen Spielstil angepasst habe 21,14 Bin ich zufrieden Auch wenn es 21,21 war scheißegal Also Gags Aber wenn die Wenn die schwer tust mit dem Gamepad auf der One Dann rate ich dir den Kunden Ok ja das habe ich schon gehört Jetzt wollte ich gerade schauen grad Kauf dir dann kannst du auf dem Ja aber schau mal Ich brauche doch jetzt nicht 100 Euro zahlen Damit ich auf der One mit Maus Assertur spiele Dann kann ich gleich Auf dem WC spielen Ich kenne das Teil Deswegen Deswegen Ich möchte ja mit dem Controller auch spielen können Deswegen mache ich das ganze ja Und Deswegen bleibe ich bei dem Controller Ich möchte den Skill auch haben am Controller Shooter Shooter spielen zu können Das wird zwar nie wirklich der Fall sein wie auf dem Am PC Weil ich kann Du kannst nicht 28 Jahre lang Spielerfahrung einfach wegschmeißen Weißt? Oder Maus das so drücken habe ich ja gewöhnt Das geht einfach nicht Das ist nicht in meinem Gehirn drin Mit meinen zwei IQs da Einmal das Essen Einmal das PC Also ist die Ja Also ist die 44 34 Äh 34 bin ich 34 Klappt aber schon besser Ja Also jetzt habe ich erstmal Kann ich jetzt unbewusst Mit Maus Assertur umgehen So sprich Muss ich nicht mehr konzentrieren Das geht mit dem Controller noch nicht Dann geht das Aiming einigermaßen Dann muss ich jetzt die Gegner versuchen zuerst zu sehen Geht auch ein bisschen Und dann noch schnell ausweichen Medusa Das hast du gesehen und dir gepasst Und am Controller bin ich halt immer noch dabei Also bin ich ja noch im frühen Stadion Ich sag mal Vom Progress her Was ich mal für meinen eigenen Skill noch tun will Bin ich am PC sag ich mal auf 30% Wenn überhaupt Am Controller auf minus 5 Oder 1% Was ich von mir selbst noch erwarten kann Aber es passt Solange ich lernen kann Und ich merke ich stoppe nicht vom Skill Oder vom Progress Mach ich weiter Wenn ich irgendwann merke scheiße Ich werde nicht besser Dann bringt es auch nichts mehr Dann macht es auch keinen Spaß mehr Ey Gags Bist du offline bei Xbox? Ach die hat sich ausgeschaltet Ja ja die hat sich auch noch eine Stunde Ich wollte gerade anmachen Mach ich mal jetzt an Ja Nimmst du dann ein? Ja mach ich Ich mach es jetzt an Und dringend noch was und dann passt das Aber seht ihr es? Ich wollte es nur mal schauen ob das am PC so klappt Das ist okay Und ich hoffe ich komme dann auf der Konsol auch mal soweit Oder? Willst du eigentlich nicht so ein Community Clan machen? Das fehlt mir noch Das fehlt mir noch Hey Paul grüß dich Servus eurer Ja Hier Clans Erstellen Ja ich kann schon einen auch machen das ist kein Problem Wie willst du die da nennen? Ja Soll ich dir jetzt sagen und dann machst du es auch oder? Ja So Aber hier muss es nubisch sein weil wir alle schlecht sind eigentlich Nee das ist einfach das was wir erkannt werden Ja du machst doch hier Nennt ihr sagt einfach GagsTV Nischtart man Es gibt noch 3 Buchstaben oder nicht? Ja Nee der Clan kann so wie der will Tag ist halt das was Oh wie der will Also ich drücke die ganze Zeit Z und das geht Bist du mal hinten gemacht? Ich bin schon ein geklemmert Zu letzt gespeicherten Daten können nicht abgerufen werden Willkommen auf der Xbox Willkommen auf der Xbox Willkommen auf der Xbox Medusa Maus und Tastatur Da kann ich doch gar nicht Oh schuldig Alter Alte Xbox Fick was pisst mich nicht an hier Was ist das denn so eine Fehlermeldung hatte ich noch nie Was ist das denn so eine Fehlermeldung hatte ich noch nie Was ist das denn so ein Verwenden von mir aus Vergiss die Maus und konzentriere dich auf Kontrolle Vergiss die Maus und konzentriere dich auf Kontrolle So seh ich es auch Ich mach einfach beides Und kann halt dann nichts gescheit Na doch Na Na Ich dachte du hättest mich eingeladen Sonst hab ich das gezockt Scheiße Scheiße Komm ich komm mal nicht rein hier Das ist doch das Geile Aber die sollen mal auf Raid Chat Auf Raid Call oder wie das heißt Wer essen ist Ja Pimmel Call Wo geht das mit dem Grinden der Gilde überhaupt Einsatzleiter und dann auf Clans Und dann erst mal rein Controller wurde ja für Fifa erfunden Nein Auf Xbox Live oder? Erstmal oder? Ja erstmal Multiplayer rein Dann Einsatzleiter und auf Clans Erstmal Online Profil abrufen Borscht Semmel Auf PC oder Xbox One? Du kommst nicht mehr rein